Die Verteidigungskaserne Monte Interotto Die Verteidigungskaserne Monte Interotto Die Verteidigungskaserne Monte Interotto Die Verteidigungskaserne Monte Interotto An der Südost- und Nordwestecke der Defensivkaserne ist je ein runder Flankierungsturm mit 10 Meter Durchmesser angefügt. Das Bauwerk enthielt drei Etagen, das Dach war mit einer 2,5 Meter hohen Erdaufschüttung bedeckt. Bis zum Kriegsende blieb das Fort in Österreichisch um Besitz und wurde als Magazin- und Artilleriebeobachtungsstand verwendet. Unterhalb des Bauwerkes finde ich einen Eingang in den unterirdischen Teil der ehemaligen Defensivkaserne. Die Stollen boten Schutz vor dem Artilleriebeschuss und wurde wahrscheinlich auch als Depot verwendet. Das Bauwerk ist nicht verwendet. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020